So, mittlerweile ist es schon ganz schön dunkel geworden. Wir haben, sage und schreibe, 35 Baustellen passiert. Wir standen zehnmal im Stau. Louis verkraftet das Ganze noch ganz gut. Folgepunkt mit Kampfdrogen. Fährt daher einen ziemlich atemberaubenden Stil, bis zu zwei Zentimeter an den anderen Autos vorbei. Noch knapp, sagen wir mal, 75 Kilometer, 80. 80 Kilometer, knapp 80 Kilometer bis nach Koblenz. Ob sich das Ganze lohnt, wird man sehen. Ich bin mal gespannt, wer es jetzt durchdreht. Wir fangen mal einen Blick in den Rückspiegel hier von den Mustern. Lassen wir mal die Uhr reinführen. Ja, zählen wir die Uhr. Tja, Louis ist jetzt schon fast einen halben Tag unterwegs. Aber was will man machen, ne? Ist halt das Geburtstagsgeschenk für Schakals Freundin. Zum... Ja. Nächste Woche haben sie schon wieder Wochentag. Den 347. Da sind wir mal gespannt. Die Baustelle ist zu Ende. Und jetzt beschleunigt der Mustang wieder von sagen und schreibe 100 kmh auf 120 in 30 Sekunden. Auf, auf und davon. Man beachte den Lkw auf der rechten Spur. Weg sind wir. Ja. Ja. A61 ist es hier. Das ist die A61. Kann sein. Null gesagt kann sein, dann kann das sein. Ja. Ja. Mach's kurz noch was an? Ne. Ne? Auf Tschule. Auf Tschule.